Hallo, meine Lieben da draußen an den Monitoren und an den Handys. Ja, ich habe wieder etwas für euch und zwar von Dido. Thank you. Und ich hoffe, dass ich das auf meine Art hinbekomme. Es wird sich ganz anders anhören, aber ich habe mir da etwas ausgedacht. Und nun habt alle viel Spaß. Ich hoffe, das kommt auch mit der Musik so hin. Mal schauen und dann kann es ja losgehen. Aber wie gesagt, ganz auf meine Art, ne? Musik 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 Oh, just to be with you is having the best day of my life.